Hallo, willkommen beim Sweetchecker und heute gibt es keine Süßigkeiten reingelegt. Ja, ich denke mal, es zeigt mir für alle ein bisschen Veränderung und ich habe mir gedacht, ich habe eine neue Kamera, die gab es in der letzten Folge schon. Ich habe mir ein bisschen Sound-Equipment zugelegt, ein neues Headset und ein Aufnahmengedet dafür. Es wird auch eine neue Schneide-Software geben, die ich benutze, um das hier zusammenzufügen. Das wird also ein bisschen aufwendiger sein im Schnitt. Das wird es wohl in den nächsten Folgen geben. Es gibt mal wieder etwas aus Japan, was ich zeigen wollen würde. Doppelkeks-Vergleiche habe ich auch noch schon vorbereitet. Also verschiedene Doppelkekse, was ist ein Doppelkeks, fragt ihr euch? Ein Doppelkeks ist sowas wie eine Prinzenrolle, also der Inhalt einer Prinzenrolle. Da habe ich verschiedene Produkte schon mal erworben, die werde ich dann mal hier vergleichen. Was gibt es noch? Produkte aus Thailand, es gibt Produkte aus Amerika, es gibt Produkte aus der Schweiz. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, auch karamellige Sachen dabei und, und, und. Was gibt es noch zu sagen? Keine Ahnung. Ich werde die Nummern wegfallen lassen hier in den Titeln der Folgen. Es ist ja vollkommen egal, welche Folge ich habe, welche Nummer. Aber wichtig ist, welches Produkt ich dir vorstelle. Tja, sonst gibt es hier ein großes Drum und Drum und Drüber. Das können Sie gerade nicht sehen, aber es ist gerade so. Es gibt viele Veränderungen bei mir und, ja, dann will ich mal hoffen, dass die nächsten Folgen euch super gefallen werden. Ich mir auch. Also ich freue mich auch, auf jeden Fall auch. Ich bin sehr gespannt. Und, ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.